Bayern Regional News Als erstes möchte ich euch einen schönen guten Morgen wünschen. Als zweites würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meine Seite teilen würdet. Außerdem möchte ich mich bei allen Lesern für ihre Treue sehr herzlich bedanken. Und ich hoffe, wir werden immer und immer mehr. Je mehr Leser, desto mehr Informationen. Das muss natürlich jedem klar sein. Also, bleiben Sie alle gesund. Wir hören uns. Ihr Team von Bayern Regional News